Die Mädels haben noch nicht so großes Interesse. Wie willst du mit den Hosen raffen? Hast du gesehen? Der ist nett. Der ist braunen oben. Der hat ganz lange Haar. Ganz kurze Ohren. Siehst du, wie der wuschelig aussieht. Der ist nett, oder? Zuhause würde ich so einen Paunen wieder heute gern. Er würde noch zugegetrunken. Die sind echt schön. Ein so ein bummelartigeres Wasser ist schon geliebt. Eine schöne Feder. Sieht von der Stoll aus. Alles blau. Aber du hast es immer selbst durch, wenn du so einen Hosenstoll hast. Das glaube ich auch. Von der Nachtsucht musst du nicht kündigen, wahrscheinlich. Du darfst dich aufmerksam machen. Du darfst dich aufmerksam machen. Das sind so verartigend. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Du darfst dich aufmerksam machen. Das ist faszinierend. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020